Also wenn wir jetzt Beizern mitteilen können, dann weiß ich nicht mehr Zeit wieder. Also es wäre schön, wenn wir uns nicht gucken, weil es nicht mehr Schraubhäuern ist. Also es gibt schon Möglichkeiten, also die Frage ist halt, das ist halt eine konzeptierbare Aktion. Und dann ist es halt eine Frage, ob alle in der Falle 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 in der Falle. Weil das ist halt einfach eine Geschichte, wo wir nicht mit wem wir einen Falle attackieren. Und dann werden wir standrechtlich erschossen. Das wird nicht passieren. Also wir müssen schauen, dass es so gut geht.